In DDS-CAD 16 haben wir den Leistungsumfang des Eigenschaften-Dialogs vergrößert. Das Fenster zeigt nun noch mehr Informationen über das ausgewählte Produkt an. Wenn Sie beispielsweise ein Lastenobjekt auswählen, können Sie die Berechnungsparameter direkt bearbeiten. Möchten Sie ein parametrisches Objekt bearbeiten, zum Beispiel einen Übergang in einem Lüftungskanal, zeigt Ihnen das Eigenschaften-Fenster alle Parameter an, die Sie für die Größenanpassung benötigen. Am unteren Ende des Dialogs finden Sie Übersichtsgrafiken. Wird ein Schlüsselwert geändert, aktualisiert sich das Eigenschaften-Fenster automatisch, um Ihnen die neuen Optionen anzuzeigen. DDS-CAD 16 erleichtert Ihnen die Arbeit am Modell und beschleunigt Planungsprozesse. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden.